So, und da bin ich wieder in der nächsten Mission, die Mission heißt Der Sumpf. So. Babababam. Oh, kein Problem. Ne, kein Kopfschluss. Zack. Alter, alter, alter. Zack. Schien hier schon ab, schon, alt. Alles klar, scheiden wirft nach sich dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Junge, ich habe ihn tot. Ja, wegen mir schossen. Verlagern das Feuer. Ha, wir sollen einfach alle mal weggehen hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will mal meine Waffe wieder haben. Das war nicht meine Waffe, aber... Wo denn? Wo denn? Kann es das sein? Kann es das sein? Ja, uah. Achtung. Weitere feindliche Truppen nähern sich dem Panzer. So, ich muss jetzt meine Waffe... Ja, ja, weinen dran. Boom. Kommen wir hier weiter? Oh Gott. Ja, genau. Du schreist sicher und dann kommt hier jemand an. Hier ist nichts an. Sicher... Ah, nee, jetzt ist hier ein Laptop. Äh... Ich bin hier wieder runter, wo die alle so schön in Reihe gestapelt waren. Genau, nagel sie einfach. So, wir gehen jetzt mal hier oben auf den Balkon. Bam, 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 bam. Komm her, komm her, wir brauchen sich gar nicht hinter deinem Legokessel verstecken hier. Hallo. Sack. Ah! Hier wirft eine Granate auf den Balkon, ey. Machst du das? Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Wo hast du meine Devlin, du Klöt? Da. Ah. Ja, ich bin noch dabei, Jungs. So, erstmal hier autorisieren. Tja, hoffentlich passt das mit dem Haus. Ja. Pfff. Also, machen wir das Ganze nochmal. So, jetzt sprühen. Ja, lass mich da eben durch. Ich muss ja irgendwas kaputt schießen. Du bist gestorben. 1, 2, 3 und Feuer. Nicht gegenüber willst du mich ver- alter! Nein, ich würde dich nicht verarschen. Warm. Und dann scha ich auf den Nerven. Kam? Moin Fingerpopf? Hallo? Bohm! Bumm. Hä? Was macht der Bumm? Achso. Jo, danke, Mann. Super. Jo. War's doch schon? Ja, ne? Oh, es wird rot. Wir sind fast da. Wir gehen nochmal eben hier über den Trödelmarkt und gucken hier was so abgeht und... Ja, Mann, es ist in Ordnung. Du brauchst hier so einen strengen Tonanschlag. Also, wir waren jetzt mal kurz über den Trödelmarkt und... Jetzt sind wir da. Nun schenke ich jetzt mal ein paar Granaten. Scheiße. Dann werden wir jetzt mal... Töten. Mann, Mann, Mann. Nee, nicht zu deinem Panzer. Wieso sterbe ich denn dabei? Also... Wir wissen ja, dass ein paar Männer Leute kommen. Dann werden wir vielleicht mal eine Granate. Was hat die hier für'n... Wendetwegen die mal einen Panzer machen? Ja, was versuche ich denn hier? Eine Grußkarte schreibe ich nicht. Oder eine Wegbeschreibung. Doch, ich fühle die auch nicht aus. Wenn sie nicht verstehen, dass sie nicht an den Panzern sollen, ne? Dann werden wir hier mit drastischen Mitteln... Ihnen das mitteilen. So. Glauben wir schon weiter vorwärts. Ich hab' ich gesehen. Ich glaub' hier war doch noch einer, oder nicht? Ja, meint doch. Da ist noch einer. Wo denn einer? Wo denn? Boah! Boah! Nein! Oh! Jungs! 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 Alter! What the? Fuck! Jungs! Geil! Bam! So, jetzt stirbt du... Uuuh! Der Panzer wurde überlaufen und zerstört. Ja, deine Mutter wurde überlaufen und zerstört. So. Bam! Jetzt fress das, diese Sackgesichter. Wenn ihr ein Problem mit mir habt, dann kann ich euch gerne umpumpen. So. Penis. Penis. Eichel. Warum sag' ich endlich nur männliche und schlechtesteile so als Gleidigung? Vielleicht würde ich sowas gar nicht haben. Bam, bam, bam. Maaan. Die vermehren sich echt wie so'n... He. Der Helm. Flupp. So. Nein, hör auf um den Panzer zu schießen, hätte nichts getan. Noch nicht. So, jetzt muss ich... Ja, da gehen wir schon weiter neben da. So. 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 zur nächsten Mission.